Diese Aufnahmen von Dschihadisten zeigen einen besonders blutigen Terroranschlag in Burkina Faso. Über 400 Zivilisten sollen am 24. August in Basa Logo im Norden des Landes getötet worden sein. Laut dem Institut für Wirtschaft und Frieden ist Burkina Faso das am schwersten von Terrorismus betroffene Land der Welt. 2023 kamen hier, in Mali und in Niger, 4000 Menschen durch Terroranschläge ums Leben. Fast die Hälfte aller Terroropfer weltweit. In der Sahelzone stehen sich reguläre Streitkräfte, islamistische militante Gruppen, Tuareg-Unabhängigkeitskämpfer und kriminelle Banden gegenüber. Um den Terror einzudämmen, hatten die Vereinten Nationen 11.000 Blauhelme in Mali stationiert. Frankreich entsandte 5000 Soldaten. Doch seit den Staatsstreichen 2020 und 2021 in Mali, 2022 in Burkina Faso und 2023 in Niger, hat sich die regionale Geopolitik vollkommen verändert. Die Militärregierungen in Mali, Burkina Faso und Niger warfen die UNO und Frankreich kurzerhand raus. Deutschland zog sich Ende August 2024 aus dem Niger zurück. Die USA stimmten zu, ihre Truppen bis zum 15. September abzuziehen. Verschlechtert haben sich auch die Beziehungen zu den afrikanischen Nachbarn. Bis zu den Staatsstreichen waren Mali, Niger und Burkina Faso Teil der ECOWAS. Um Druck auf die Putschisten auszuüben, belegte die Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten die drei Länder mit schweren Sanktionen. Die Folge? Im Februar 2024 kündigten diese ihren Austritt an und gründeten eine neue Organisation, die Allianz der Sahelstaaten, AES. Die Leidtragenden der Situation sind die Zivilisten. Nach ihrer Machtübernahme hebelten die Generäle die demokratischen Institutionen der Länder aus und machten Opposition und Presse mundtot. Die ECOWAS-Sanktionen setzten der Wirtschaft zu. Vor allem aber verfügen die Armeen nicht über die nötigen Mittel zur Eindämmung der Terroranschläge. Es fehlt an einer gemeinsamen Vision. Vor allem an absolut notwendigen Ressourcen, um die unsichere Lage zu beenden. Dazu zählt zum Beispiel Kraftstoff. Laut einigen Quellen, vor allem aus Mali, ist die Versorgung mit Treibstoff derzeit eines der größten Probleme. Darüber hinaus ist auch die militärische Luftpräsenz nicht ausreichend. Die Franzosen waren mit der Militäroperation Barkan acht Jahre lang in Mali und der zentralen Sahelzone präsent. Sie konnten die unsichere Lage zwar nicht beenden, aber immerhin die Gewalt unterhalb einer bestimmten Schwelle halten. Jetzt erleben wir eine starken, der bewaffneten Gruppen, mit Truppenübungen im Freien und andauernden Übergriffen auf Zivilisten. Es fehlt eine Militärpräsenz in der Luft, die das verhindern könnte. Seit 2021 versucht Mali, die Angriffe der Dschihadisten und Unabhängigkeitskämpfer mit Hilfe von Söldnern der russischen Wagner-Gruppe abzuwehren. Diese Söldner sind auch in Burkina Faso und Niger präsent. Nach dem Tod ihres Gründers Yevgeny Brigojin und ihrer Übernahme durch den Kreml heißen die Truppen heute Afrika-Korps. Ihre Bilanz ist ernüchternd. Zahlreiche NGOs prangern Übergriffe auf die Zivilbevölkerung an. Außerdem seien ihre Einsätze ineffizient. Ende Juli wurde das deutlich. Das Afrika-Korps und die malischen Streitkräfte griffen die von Tuareg-Rebellen gehaltene Stadt Tinsawaten an. Ein Fiasko. Die Truppe der Russen und Malier wurde vollständig zerschlagen. Mehrere Länder nutzen die Instabilität der Region, um ihren Einfluss auszuweiten oder sich auf wirtschaftlicher Ebene zu bekämpfen. Die Sahelzone ist reich an Bodenschätzen wie Gold, Uran und Lithium. Außerdem ist die Wirtschaft der drei Staaten schwer angeschlagen. Insbesondere seit dem Inkrafttreten der ECOWAS-Sanktionen und dem Einfrieren der internationalen Hilfsgelder. Sowohl Russland als auch die Türkei wollen vom Rückzug der USA, Frankreichs und der anderen EU-Länder profitieren. Im Moment ist noch unklar, welche politischen Ziele Russland und die Türkei verfolgen. Es geht zweifelsohne um die Ausweitung von Einfluss und die Ausbeutung von natürlichen Ressourcen, wie Gold. Gerade im Fall von Russland. Dasselbe gilt für China. China ist seit jeher, also schon lange vor den Staatsstreichen, an Investitionen in der Sahelzone interessiert. Es hat sich aber nicht in Sicherheitsfragen eingemischt. Auf dem Forum für China-Afrika-Kooperation im September 2024 versprach Peking Finanzhilfen und Investitionen in Höhe von 50 Milliarden Dollar. Ein Segen für die Sahel-Länder, die zwar viel von China kaufen, aber bislang nur wenige chinesische Investoren anlocken. Mit der Türkei bestehen hingegen nicht nur Handelsbeziehungen. Ankara liefert den Ländern der Sahelzone Drohnen, Waffen und militärische Ausrüstung. Mit dem Niger hat die Türkei sogar ein bilaterales Verteidigungsabkommen unterzeichnet. Eine besondere Bedeutung hat die Sahelzone auch in Bezug auf das Thema Migration. Es gibt die Vorstellung, dass die Kontrolle der Sahelzone auch die Kontrolle der Migrationsrouten nach Europa bedeutet. Und das ist eine potenzielle Bedrohung für Europa. Das bereitet Ländern wie Italien und Deutschland große Sorgen. Die Eindämmung der Migration war ein Grund für das militärische Engagement Europas in der Sahelzone. Sollten Mächte wie Russland oder die Türkei nun diese Rolle übernehmen, könnte das Europa beim Thema Migration erpressbar machen. Erlebt hat das die EU bereits während des Syrien-Kriegs mit der Türkei. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass die dschihadistischen Gruppen ihren Einfluss über die zentrale Sahelzone hinaus in den Süden ausdehnen. Bis in die Küstenstaaten Benin, Elfenbeinküste, Ghana und auch Togo. Es besteht das Risiko eines Überschwappens und das stellt eine ständige Bedrohung für diese Länder dar. Deren Sicherheitskräfte haben Schwierigkeiten, auf diese immer größer werdende Gefahr an ihren nördlichen Grenzen zu reagieren. Zwei Jahre nach dem Ende der Operation Barkan ist die Lage in der Sahelzone extrem angespannt und könnte auch die Nachbarländer in eine Spirale der Gewalt stürzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. Vielen Dank.